ich gehe doch mal zu du bist es kennt dies hat ja natürlich so jetzt mach ich mir doch gleich die Füße nass ich glaube ich gehe mal hier lang und dann darum und dann keine ahnung wo bin ich überhaupt irgendwo wo ich nicht weiß wo ich bin also wie immer so groß ist die map gar nicht dass man sich groß verlaufen könnte aber ich kriege es hin naja dann und wieder nach unten ach habe ich dich erschrocken mimi irgendjemand hier moment mal hier war doch das heiße medal in dem krassen kleid wird schon passen aber wohl zum himmel donnerweller soll ich hier hin erst mal ein bisschen um die kuchen jahren ach das wird mir hier zu blöde kack anwesen die könnte ja überall und zwar kreuzweise das weiß ich er hat schon alles abgesucht verdammte scheiße sequenz nebenbei trinke ich einen schönen schluck warmen kaffee hallo baby wo willst du gehen so ganz alleine in der nacht in diesem heißen kleid au du warst schnell hier aha du schleichst darf ich miet ja aber natürlich helfe ich dir baby warum willst du das tun was ist denn passiert hübsche Beine weil wir das ja war doch wobei eben durch die Hälfte war gerade abgelenkt ich helfe dir aber ich möchte auch eine Gegenleistung hr ach nee den meine ich nicht Stimmt, wir haben ihn ja am Anfang ja noch nicht angegriffen. Hier treffe ich mich mit der falschen Frau. Ja, echt. Bleib liegen! Gebt endlich auf! Ich hasse es. Ja, mal gut hier. Oh, meine Herren! Was hat die denn für einen komischen Kampfstil? Ey, Pissbirne! Bruder! Und tot. Und lass mich raten. Jetzt hat er mich auch keinen Bock mehr. Wir? Du bist doch alleine da! Noch. Hä, gestirre, echt. Ne, 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 ne. Ah, scheiße. Wir müssen umkehren. Ja. Tun wir. Machen wir. Außerdem da oben gibt es wenigstens was zu futtern, weil meine Liebensenergie steht auch schon wieder auf Viertel vor Zehn. Und wenn ich mal auf die Uhr gucke, ne, für den Verzehn ist das nicht, ähm. Obwohl, im alten Japan gab es keine Uhren. Außer in diversen Jackie Chan Filmen. Aber das ist was anderes. Das waren ja auch mehr Komödien. Nein, die guten alten Jackie Chan Filme. Das waren alle Gesamtklasse. Gut, es gab Ausnahmen, aber... So, ihr seid wieder... Oh, komplett. Okay, wir gehen wieder zurück. Oh, das wird bestimmt noch Ärger geben mit dem Chef. Weil sich Baby, also Chelsea, da ausgeschlichen hat. Naja, wir werden sehen, ob es wirklich jetzt Problems gibt. Erst mal gucken, wo ist die alte Fregatte denn? Okay, hier ist sie schon mal nicht. Dann ist sie wahrscheinlich oben. Wo ist eigentlich von ihr das Schlafzimmer? Ah, der fällt auch echt bei jedem... Geh mir aus dem Weg, du! Piss Backe! Nein, ich will raus. Nur die Steuerung ist scheiße. Dann war es doch unten. Einmal quer durch den Raum. Äh, stopp. Super, und hier ist auch niemand. Wollen mich doch alle verarschen! Gehe ich halt einmal hier rum? Nein, natürlich geht das nicht. Oh! Ach so, das ist ein geheimer Weg. Oder wut? Scheint so. A hidden way, sozusagen. Ey, nein. Hoch damit, ja. Aha, nun kommt man hier also wieder hoch. Auch schön. Ja, wir sollten zurückkehren. Ich bin zurückgekehrt. Kein Arsch will hier mit mir reden. Dann gehe ich halt wieder. Tch! Bin ich stinkig? Da werde ich zickig! Das weiß ich! Himmel, Arsch, und Svirt! Hier ist keine Mission selig. Oh, ich würde mal behaupten, es ist jetzt nach der Ladezeit hier. Nächster Morgen. Spiel fortsetzen! Jetzt gehen wir wieder zurück. Wir müssen ja gucken, was die Akadama hier noch was für ein Mist vorhaben. Aha, die Herrschaften. Trainieren! Ach, da ist der Chef. Hübsche Schuhe. Ja, ich komme rechtzeitig. Das war geplant. Und wann? Jetzt? Hilf mir! Genau, das hatte ich auch vor. Komm, ich, Kenji! Und wo ist das heiße Geschoss? Also Chelsea. Wir sind gleich an der Residenz. Ja, sollen wir. Hm, nee. Aha. Dramatik, Titeliden. Was hast du vor? Okay, ich folge dir, mein Karl-Könfiger von. Sei leise und er rast hier hoch wie so ein Berserker. Glaub ich ja nicht. Oh. Hm. Er arbeitet mit der Regierung zusammen. Er ist ein Verräter. Ich wusste es doch. Hm. Hi. Oh. Wieso? Echt? Wieso? Nein, kann ich nicht. Erklär es mir. Du wirst es so oder so tun. Du. Echt? Schändlicher Verrat. Oh, der hat... Oh, scheiße. Verdammte NINYAS! Stierb! Stierb! Ich sagte... Du solltest sterben, nicht ich! Oh, Tenai! Schmerz, voll hier! Und dort! Nya, 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 nya! Oh, dich wollte ich doch gar nicht angreifen! Ich hab' ab! Jetzt hilft dir auch noch! Ninja-Stern, oder was? Gib endlich auf! So, gib's dir jetzt auf! Verdammte Axt! Ha! Was? Ha! Doch, tust du! Nö! Nein, das willst du nicht! Au! Deswegen! Hm! Er ist tot! Er kann für den Kuru-U muss warten! Regierungstruppen! Jawoll! Maestro! Du? Wie dein Vater! Wie dein Vater! Wie dein Vater! Untertitelung des ZDF, 2020